hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen folge vom teamprojekt zusammen mit dem gyni mit gris mit dem matthias und dem alles profi aka chassin und die dilara ja der ist ja noch im chat oder im discord so ich gucke mir gerade hier den kindergarten von ebelsbacher ich will lieber zu deinem kindergarten ist so ich habe keinen kindergarten wie oben deinen sauhaufen fertig und rennen wir weiter ich wusste dass wir von deinem zimmer reden so mein zimmer ist kann sich das auch hoffen junge guck dir mal das baby an und kriegst du alles mit was ist deine einbahn wird knapp lasst mich den angucken die schichtlichen anfallenden lässt mich jetzt machen ein er hallo doch geht trotzdem unter doch nicht breiten schlappen jungen die scheiße gerade soviel steht auch immer man jetzt mit schiff und nicht mit steuerung die die fahrt lust mehr liegt mir dann wechselt wieder das junge der ist schon sexy erst mal aufs lenkrad hauen jungen sieht schon geil aus ja die hat schon was vorne beim greisverkehr zwei handbaugeräte mit offener tür natürlich im greisverkehr sieht schon geil aus jetzt muss ich aber weiter rübenhänden diese haben ausgleichs bei diesem rübenhutern junge so ein riesiger woher mal junge was und dann können wir dann die acht fahlen achso er ist schneller wie der ist ehemotor mach dich weg.de ach so fuhren wieso fuhren jetzt wieder weil du fuhren sollst ganz zufällig hey chrissy gaming chrissy gaming was denn chrissy gaming hast du euch schon schläge bekommen von was von nati na ja bedrohung halt achso na mit der lau wie heißt die jetzt nochmal laura oder nicht war nix mit der die laura achso Matthias du weißt das wie heißt du laura oder nicht jo ja hey ui bremsen ich wollte gerade fragen was deine mission ist bremsen bremsen ist meine mission ich bin ich was los was ist deinem leben ganz wichtig bremsen da kommt ein auto nicht so tief rüdiger nicht so tief nicht so tief rüdiger rüdiger nicht so tief verdichtet sein wo kommen zum shop das ist schon gut voll geworden hier der anhänger immer noch nicht mal zur hälfte fertig na gut doch doch schon das ist auch geil weil er jetzt mal richtig schön überladen wird auch der halbe anhänger leer fahrt zu vor allem alle schmolzen dieser schrauz der war gefühlt noch ganze anhänger gefühlt frei ja ja du weißt du ja ob ich überladen ja oder nein anzumachen oder automatisch äh auflade ui krissi aufräumen jetzt chill fassant muss aufräumen ne chrissi jetzt kannst du den Händen aufräumen alles alles ist gut bulldox ne hör auf bulldox zu sagen alter ich richtig bulldox ne schreib Matthias doch in seine Storys rein da krieg ich da nichts für sag einfach schlepper jaja ein es ist meist geil das ist mein spielzeit ja mag alles hallo hallo ob du das nicht magst dass leute traktoren bulldox nennen ich kann nix zurückgeben ja magst du es nicht geben wenn sie gekauft ist verkaufen heute ich kann es nicht ja alle habt ihr alle nur gehört höher gerät drinnen was ist denn bei deiner die spielzeug klaut da muss ich mir an der spielzeug holen Echt, das ist nix geil! Wieviel kmh? 30 Ich guck, ich will mal eines auf Spielzeug klaut! Alter, was macht's hier? Warte, weg da! Ich hab's am Vogel Ich mach Spaghetti Ich kann nicht gleich spielen Ja! Ja! Nein! Ja! Ich hab' ein Problem! Junge Ich hab' ein Problem Spielt ihr euch gegenseitig am Lümmel rum oder was? Okay! Weiß ich nicht Wie ich das sehen soll Machen! Ey, nicht einfach nur Info zur Tätellade oder so zu holen Juni! Was? Juni! Was? Krissi! Hattest du nicht zuletzt Praktikum? Ja! Ja! Wie lief's! Was soll ich holen? Wo hast du noch was gemacht? Mit einer Schreinerei Aber Bautschrein Wollt du Schreiner werden? Ja, jetzt ja! Jetzt ja? Also, hat's dir gut gefallen da? Ja! Wurde du richtig ran genommen? Äh! Äh! Justin, das kann man aber auch falsch verstehen Ja, du schon! Ja, ja, wollte schon sagen Ich hab doch gesagt Ja, ich sag zu Krissi, das gehört hin dann Äh! Schneidwerk Und Drescher Wo packt's er hin davon? Was musst du alles machen? Äh! Boden verlegen Äh! Türen setzen Fenster setzen Boah! Geil! Ein Klarschein mein Down Boah! Wenn dir eine Runde fällt, der Chef schlägt dich Was? Was? Ich hab versuch... Ich hab schon versucht, das umzustellen Corona 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 Jaid 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 Jaa! Muni! Was? Stell den Pflug mal hinter dir Das... Alarm Nein, nicht In den Zwischenraum hier rein Naja Ich muss Düngen fahren Tut mir leid Was los? Jaa! Was glaub ich doch das Gewicht von der Antwort? Ich fahr 10 km h marschiert Entschuldig Was? Entschuldig Was? Entschuldig Damit du gleich mein Tempomat anstellt Ach ne Ach ne Oh mein Gott Jungen Echt wär die Hälfte des Bunga schon lange runter... Äh auf dem Boden Ich bin voll Ja das bist du immer Ja dange Ja Kein Ding Das ist eigentlich ein echte Auslust im November noch ein paar Rüben gern Das glaube Weiß ich nicht Natürlich Kennst du Schapa Äh Schapa Ding Schapa? Äh Ja das lohnt unser Leben halt Äh Schnappi Nicht Schnappi Du Schnappi Ich bin zu klein Ne ich wollte nicht grad wie er heißt ja Nicht Herr Schnappi So viel Kind hast du ja hingeschaut hat Justin Ich hatte aber jetzt ne Kindheit Jetzt weiß ich immer Ja ok ich auch Der wollte schon sagen Ja ok aber nicht Schnappi Ne 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 Schnappi du Ne bei dir war es eher Bob der Waumeister sagst du Ja Bei dir würde sogar Bob der Waumeister sagen wir schaff es nicht Ja nix Halt die Frutze Junge Das ist ja ein Problem Hast du ein Problem oder was? Also früher immer so Ja mach mal halt nur 500 Liter und fahren damit drüge Meine Fresse Schnacki meinst du das? Mh mh Aber hab mir jetzt echt auf die TikTok nachschauen Ja guck jetzt nah zu uns grüßen Hiiii Wo haben wir denn Anhänger im Plan? Äh da wo der Hänger ist Sei froh Was sollst du machen? Die Steine einsammeln Boah dieser Scheibenmücher ist auch ganz geil Ich komm ich komm ich komm ich komm ich komm ich komm Ich suchst uns so ein Ding umkonfigurieren Rissi Mh Tu mal bitte noch mal kurz in den Dünger streue Ja du schläg schon Die ganzen äh Bitbacks rein Mh 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 Wenn ich fertig bin Mh mh Schreiben müssen Der Scheibenmücher schwebt Ah Hey wo ist denn es sei? Das ist ein Dünger streuer steh da Ja hier Ich hab gerade vorbeigelaufen Ne Bremse Ey Die Bremse ist dazu da um sie zu benutzen Wisst ihr das eigentlich? Na Ne guck ich nicht Wiss ich auch nicht Verwurzum ob mir das erste Regisse hat Ja Hey Chris Hast du eigentlich schon dein wildes Farmer Spiel durchgespielt? Ne Wie ne? Wenn die Wicker los Ja ich komm gleich nach Ja ja Schieb mal an Und ihr Benim Wie ne Warum steht ein Paletten Auf dem Doh oben Das ist auch gut Weil ich nie fahre Ne Das reicht aber nicht Das mach ich jetzt auch zu viel schneller Die Lara Alter Für den Baas Alter Habt ihr jetzt eigentlich einen Ausgleichstraktor geholt, den ich nicht in den IAC verkauft habe? Ja, du wartest ja mal ein IAC-Geschenk gekauft. Just a Lalo Shopper. Lalo Shopper. Lalo Shopper. Kennst du das Lohnunternehmen? Ja. Und die haben wir auch im Dezember sogar noch drüben geerntet. Na gut, da kommt auch viel Wetter drauf an. Habt ihr jetzt nur den Kramer oder habt ihr noch einen anderen Traktor? Die Lara. Wir haben immer noch zwei Kramer, einen IAC und Kararo. Ich dachte, ihr habt den... Justin, was mir gerade auffällt. Ich dachte, ihr habt den IAC verkauft. Ja, aber wir hatten davor noch einen anderen IAC. Wir hatten damals zwei IACs. Ach du, ey, bist du müde? Justin? Ja. Echt? Justin? Ja, machen wir gleich noch was vor als Step. Da musst du auf jeden Fall dabei sein. Sonst bin ich... Justin? Ja, was denn? Wir haben einfach keine steinhafte auf dem Feld. Ja, ist doch gut. Ja, aber warum? Das gibt gar keine Logik. Ja, sei doch froh, dass es so ist. Ja. Vielleicht war der Vorbesitzer, der hier vorher schon Steine gesammelt hat. Mit dem Rucksack, ja? Ja, ne, ich dachte, er hat mit dem Fahrrad gezogen mit einer Schaufel. Ich fahr grad mit zwei Reifen. Ich nicht. Einfach komplett übersteuert. Ja, ich bin gerade auch. Ich nicht. Nein. Also Guni, ich fahr auch mit zwei Ketten. Ey, ich bin grad kreise gefahren und hab das Scoop arm ausgefahren. Ich bin grad mit der Kech. Hey, hey, hey. Braum, Alter, ne, by the way. Echt? Fast zumindest. War doch dieses Scoop, Alter. Ah, mein, Alter. Ah, ey. Ach. Hoho, ey. Hoin. Ist mir da, Alter. Lade auf den Bums. Guni, lass auf. Kannst du auch weiter machen, wenn ich mit einer halbes Jahr am Hochfahren bin. Warte, ey. Ich stell dir sogar noch schön hin. Das bringt bei mir nix. Pass auf, die Dinger sind schwer, ne? Geht schon ein. Da geh ich drauf. Ja. Könnt ja dir noch was raus. So, meine lieben Freunde. Wenn's euch gefallen hat, dann lasst doch auch eine Bewertung da. Ach so. Hört's beim Herrn Kollegen vorbei. Und dann, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Prost.